Wir sind nun im Finale der besten sechs Paare bei diesem World Masters und das erste Paar, das es geschafft hat, kommt aus Norwegen, beziehungsweise tanzt für Norwegen, mit der Nummer 22 Rachid Malke und Anna Schupron, mit der Nummer 26 Emanuele Soldi und Elisa Nassato aus Italien. Mit dabei auch Odris Kufzer und Melinda Törökjötsch, das slowenische Superspaar aus der Ukraine, sind Manuel Favilla und Natalia Maikyuk mit dabei in diesem Finale. Selbstverständlich ist auch Riccardo Koppi mit Julia Zagoryschenko in diesem Finale mit dabei und ein paar fehlt noch. Und auch dieses Paar kommt aus den Vereinigten Staaten, Stefano Di Filippo und Dasha Czesnokova. Das sind sie also, die sechs Paare, die hier im Finale nun um den Platz ganz oben am Podest rentern, würde ich was sagen, nein, tanzen. Und auch jetzt ist der erste Tanz wieder. Ciao, ciao, ciao. Emanuele Soldi und Elisa Nassato. Sehr, sehr oft waren sie schon beim Weltmeisters hier in Innsbruck. Und auch heuer haben sie es wieder ins Finale geschafft. Sehr, sehr oft waren sie schon beim Weltmeisters hier in Innsbruck. Mit der Nummer 37, Stefano Di Filippo und Dasha Czesnokova. Die beiden tanzen erst sehr kurz gemeinsam. Die beiden gebürtigen Schweden, Rachid Malki und Anna Schupron und für Norwegen am Start. Und das waren die ersten Paare, die wir hier beim Tsa-Tsa-Tsa gesehen haben. Ich hoffe, auch ihre Favoriten sind nix dabei. Da haben wir kurz den österreichischen. Danke, danke.